Hallo und willkommen zum nächsten Part von meinem Minecraft Let's Play. Mit dabei ist der Drachenzberg. Hallo! Hallo! Und ja, wir stehen gerade in seinem Haus. Ich habe ihn gerade hier besucht. Und ja, hat mich bei ihm ein bisschen ausgerüstet. Genau, und heute wollte ich hier da so ein bisschen aufs Meer rausfahren und da schauen, was am anderen Ende des Ozeans ist. Vielleicht nenne ich ja Amerika. So, und dann... Du brauchst noch ein Boot, oder? Ich habe ein Boot selbst, von meinem eigenen Holz. Okay. Und dann, ciao, Drachenzberg. Tschüss! Hier unten ist übrigens Clayton, falls du den willst, brauchst. Den brauch ich nicht. Sonst nehme ich ihn mir mit. So, und dann tschüss. Tschüss! So, dann schauen wir mal. Da vorne ist schon eine Ebene. Das sieht ganz interessant aus. Da ist wer schon langgegangen. So, hier komme ich wahrscheinlich nicht durch, oder? Äh, nee. Gut, das heißt, ich werde einmal hier in die andere Richtung fahren. So. Ist da noch weiter? Nee, dann steige ich hier halt gerade aus. Und, was findest du so? Äh, eine Ebene habe ich hier gerade gefunden. So eine große Grasebene? Richtig. Wenn du da rüberläufst, kommt eben die Wüste, wovon der ich dir erzählt habe. Ja, da vorne sehe ich was Gelbes. So. Ein Chinesen! Genau, hier liegt ein Dioritbelag. Der ist nicht von mir. Nein? Okay. Witzig. So. Spring. Uff. Gut, ich sollte nicht so viel rennen. Ach, da hinten ist ein Villagerdorf. Stell mal den Minecraft-Sound leiser. Ich höre den hier. Okay, ist gut. So, dann wollen wir mal zum Dorf gehen. Äh, so und dann so. So. Ach nee, das hier. Ach so, das hier ist die Pyramide. Gut, was haben wir hier? Wahrscheinlich roten Sandstein. So. Hey, Creeper. Hallo. Hallo. So, und du sagtest, du hast den hier schon geplündert? Den Tektor? Ja. Ja, da war ich drin. Kannst schauen. Gut. Ich sollte ziemlich viel abgebaut sein. Ich will es nicht mit dem Creeper aufnehmen, also gehe ich mal lieber weiter. So, nehme mir noch ein paar Kakteen mit. Ein paar Stöcker, wenn sie dann gedroppt wären. Und dann sollte ich immer noch nicht so viel rennen. Ich finde einfach kein Gold. Hallo. Ich bringe hier gerade mal kurz den Mineneingang zum Einstürzen. Oh. Oh. Ups. Ah, ich sehe da unten Eisen. Na, so schwer wird das doch wohl nicht sein. So. So. Gut, und dann schauen wir uns mal hier unten um. Ich höre schon einen Zombie. Ich liebe Zombies. So. Äh. Dann mache ich mir mal hier kurz ein Crump. Ach nee, genau. Ich kann mir hier auch so Stöcker machen. So. Und dann Kohle. So. 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 So, und was machst du gerade so? Ich suche Dias und habe schon 31 Eisenerz. Okay, cool. Und die gar nicht mein Ziel ist. Aber, naja. Ich sammle hier gerade Kohle und habe jetzt schon gleich drei, und habe jetzt drei Level bekommen. Ich habe acht. Haha. Äh. Jetzt musst du dich umbringen. Was? Jetzt musst du dich umbringen. Oh, yes. Dia. Nö. Yay. Dia. So. Da ist noch ein bisschen Kohle. Und dann gehen wir mal wieder weiter. Na, obwohl es wird gerade Nacht. Es ist gerade mitten in der Nacht. Gut, das heißt, ich baue mich mal kurz hier in den Granit ein. Hättest du dein Bett mitnehmen sollen? Hab ich. Ah. Soll ich auch, soll ich auch schnell hochkommen? Wohin? Ich bin hier gerade mitten in einer Mine, mitten in einer Höhle drin, am Anfang einer Höhle. Und dann legen wir uns hier mal in dem Loch schlafen. So, legst du dich auch schlafen? Ich muss exakt 168 Blöcke hochlaufen. Ich bin bald da. Sonst, äh, lief einmal kurz, damit ich hier schlafen kann. Äh, okay. Tschüss. So, danke. Kannst wieder drauf kommen. Okay. Hallo. Hallo. So. Gut. Wackel mitnehmen. Und dann gehen wir mal. Na, ich sollte immer noch nicht laufen. Ich hab die letzte Zeit fast nur Creative gespielt. Deshalb renne ich immer die ganze Zeit. Was baust du denn so ein Creative? Ach, da ist einer von diesen neuen 1.10er Zombies. Äh, da baue ich so Tutorials nach. Okay. Cool. Ja. Ja. Die ist gar nicht an der Wüste, diese besonderen Zombies. Die klingen irgendwie anders. Gut, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Zombie. Und, äh, hier ist gerade ein Skelett verreckt. Ja, hier sind Sack, Knochen und drei Pfeise, ja? Das hab ich gekillt. Natürlich. Ja, ja. Nein. So. Äh, und dann sehe ich hier eine Savanne und ein Brunnen mitten in der Wüste. Juhu. Juhu. Hey. Wasser. Ah, das ist... Was ist das? Das ist Sand. Und da drüber ist Sandstein. Okay. Cool. So. Weißt du, wie viel Hungerkeulen ein Kaninchen bringt? Ähm, ich glaub, gebraten zwei oder so. Ziemlich wenig. Das heißt, es lohnt sich nicht, das Kaninchen zu jagen. Für den Aufwand, dass du brauchst, um das zu jagen? Nee. Gut. So. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Dach. Wow. Gleich ein Dorf. Yay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind neun Dias in meinem Inventar. Was? Und ich schlachte mir hier gerade etwas Essen. Böse. So. So. Da ist noch ein Schaf. Ja. Und dann nehmen wir hier noch einmal. Oh, yes. Ich hab Gold. Yay. Dann kannst du ja jetzt dein Goldwerkzeug legieren. Ja. Um ein bisschen Werbung für meinen Mod zu machen. So. Bleib um. Wo ist noch ne Kuh? Ja. Nichts gedroppt, außer ein paar XP. Gut. Dann habe ich jetzt ein extrem volles Inventar. Und fünfmal, äh, äh, fünfmal Schafsfleisch und sechsmal oder sowas, äh, Rindfleisch. So. Dann kommt noch ein bisschen Sand dazu. Wenn ich hier schon in der Wüste bin. Lebst du noch? Klar lebe ich noch. Super. Dank deinem Schwert habe ich bisher alle Zombie-Angriffe überlebt. Noch? Noch. So, ein Dorf. Yay. In meiner ganzen privaten Spielzeit bin ich irgendwie nie einem Dorf begegnet. Ich begegne jetzt sozusagen gerade fast meinem allerersten Dorf, ja? Hey, Villager. Äh, Papier zu Emeralds und Buch. Schutz, Schutz, Schutz 3. Ist das gut? Ja. Ist jetzt gut. Gut. Dann... Kannst du mir gerne vorbeibringen. Wenn du mir ein Buch und ein Emerald oder 25 Papier und ein Buch mitbringst... Nee, du musst mir 17 Emeralds und ein Buch mitbringen. Dann kriegst du Schutz 3. Was soll ich? 17 Emeralds und ein Buch. Ich habe leider nicht 17 Emeralds. Hier ist ein geistlicher Acht. Dem könnte ich meine Rock'n'Eflash geben. Wenn ich denn genug davon hätte. Oder zieh mal Gold. Einmal kurz hier hoch. Hier ist nichts. Gut. Dann hüpfen wir mal auf das Dach. So, da vorne ist ein bisschen Weizen. Hier stehen ein paar Kürbisse rum. Sprengen. Yay. Asozial. Ich sehe Kohle. Wir haben hier unter sich... eine Höhle unter dem Dorf. Das brauche ich aber. Brauche Kohle. Ich brauche auch noch Kohle, ja? Oh, ich habe Kohle gefunden. Yay. Ist ja nicht so, dass Kohle extrem selten ist, oder? Nein. Eisen. Kohle ist extrem selten. Ich hatte vorher mehr Dias als Kohle. Jo, aber dafür hattest du viele Fackeln. Ja, 13. So, ich habe mal wieder ein paar Serverlags. Aber, naja. So, dann gehe ich mal wieder hier raus. Wer wohnt hier? Äh, niemand. Hier wohnt der Crafting Table. Yay. Sag mal einen Gruß von mir. So, ein Blitzscher, der dem Kürbis anstarrt. Die Kürbisse sind jetzt meine. Ja, ich bestehle hier das Dorf. Ich bin ein ganz schlimmer Junge. Ich verklag dich. Mach das. Und die Tür ist schon gesetzt. So, was haben wir hier? Steinslabs, nicht wahr? Weißt du, was blöd ist? Genau. Hä? Du hast meinen einzigsten Apfel gegessen. Nein, ich habe dir noch einen in deine Truhe gelegt. Habe ich, ja? Ja, danke schön. Bitte schön. Immer gern geschehen. Hier kriegst du, ach so, Reparatur. Genau, dass sich die Items mit der Zeit irgendwie wieder reparieren, nicht wahr? Ja. Genau, das bekommst du von dem Villager für 16 mal 34 Papier oder 16 Emeralds. und ein Buch. Oh je, wie ne. Und dann haben wir hier noch, äh, Plünderung. Äh, was war das? Was? Was ist Plünderung? Ähm, dass du mehr Sachen von Zombies kriegst, glaube ich. Ach so, Looting, oder? Ja, alles ausgedrückt, ja. Ah. Okay. So, dann schauen. Das Dorf hier ist recht groß. Das ist cool. Ich schmelze... Ich schmelze mal gerade hier in dem Villager, in der Schmiede, mein Eisenerz durch. Das ist nicht nett, was du da machst. Was? Das ist nicht nett, was du da machst. Ach, warum nicht? Hier sind Eisenstiefel. Und ganz viele Brote. Das nehme ich auch alles mit. Yay. So, dann noch eine neue Eisen-Pickaxe. Es leckt. Es leckt. Ach, bei mir im Moment nicht. So. So. Spiele-schöne XP. Aha. So. Äh. Ich muss gerade mal nachschauen, was man hier, äh, so, so alles aus Clay machen kann. Man kann das zu einem Tonblock vercraften. Oder man kann es, äh, zu Ziegeln verarbeiten. Ach so, es gibt doch diesen, äh, gebrannten Ton, nicht wahr? Den man da färben kann. Genau, das benutze ich bei, das habe ich bei Masterbillers öfters benutzt. Juhu, Gold. Yay. Drei Stück. Yay. Zu wenig. Ich könnte die Lava freilassen. Hehehe. So. So. Ich höre übrigens deine Schaufel über Skype. Echt? Ja. Ist die so laut? Anscheinend schon. So. Ich hab schon, ich hab schon halbiert. Äh, da mach's mal noch leiser. Die Minecraft-Töne sind extrem laut, vor allem die Musik. So. Was packe ich weg? Ich packe den Kies weg und den Diorid. So. Und dann muss ich mal kurz in einem der Villager-Häuser mein Bett aufstellen, weil es schon wieder Abend wird. Die ganzen Villager gehen bestimmt auch gleich rein. Äh, nee, dieses Haus ist zu klein für mich. Hehehe. Ich brauch was Großes. Big Boss. So, genau. Ne, ich nehm mal dieses Haus hier. Hallo. Hier ist, ach so, das war das Haus mit dem Crafting-Table. Dann kann ich mich hier ja mal einleben. So. Eine Fackel. Dann ein Bett. Und dann... Hier kommt wirklich niemand rein. So. Du hast gerade einen Amboss hingesetzt, wie ich gehört habe. Okay, ich hab's probiert. Noch ein. Jetzt bin ich auf 23 Prozent. Vor allem war ich auf 97. Wow. So, ich geh mal schnell schlafen. Ligst mich auch mal in dein Bett. Ich lief wieder lieber. Ich bin noch im Mountain. Dann, äh... So kannst du wieder kommen, joinen. Okay. Ich bin da. Gut. So, dann geh ich nochmal hier zur Schmiede. Ne, hier war die nicht, weil ich nämlich nochmal meine Fressalien durchschmelzen muss. So. Also, hier, da ist mein Teil. Ich hab schon fast einen Stack Kohle, ja? Echt jetzt? Ja. So. Dann hätten wir das. Dann gehen wir einmal nicht hier rein, sondern zum Schmied rein. Nein, auch nicht. Was braucht man denn, um Gold zu verfeinern, also zu legieren? Äh, dafür brauchst du... Guck das doch am besten... In diesen Rezepten danach. Oder du brauchst... Äh, du musst erst mal dein... Okay, ich hab da Platin. Du musst... Äh, Platin. Du musst erst mal dein Platin zur Staub machen. Also, du musst das ganz oft in den Crafting Table reinlegen. Nach Warm bekommst du Klumpen und dann bekommst du Staub. Und diesen Staub packst du dann mit Goldstaub, äh, zusammen. Und den Goldstaub bekommst du, indem du Goldnuggets in den Crafting Table legst. Und dann, äh, bekommst du daraus einen legierten Goldstaub. Und diesen legierten Goldstaub kannst du dann wieder braten oder schmelzen. Und dann bekommst du einen legierten Goldklumpen. Diesen legierten Goldklumpen, davon legst du dann neun in dein Crafting Table. Und dann kannst du daraus einen Barren machen. Und mit diesem Barren kannst du mit dir die Tools machen. So gehört. Gut, ich hab jetzt neun Platinstaub. Genau. Dann holst du dir jetzt noch ein paar Goldnuggets. Ich hab jetzt legierter Goldstaub. Und jetzt? Genau. Und jetzt legst du den in den Ofen. Okay. Das geh ich hin. Gut. Gut. Ich mach mich da mal weiter auf den Weg. Ich blende mir hier noch einmal gerade die Koordinaten ein. Falls du es besuchen willst, ist es 620 zu 823. Okay. Jetzt bekomm ich legierter Goldklumpen. Genau. Dann legst du jetzt neun davon in dein Crafting Table. Ja, ich... Ich hab erst einen bekommen. Genau. Du musst jetzt neun mal das durchschmelzen. Äh, aus den neun Klumpen kannst du dann einen Barren machen. Und mit diesem... Barren... Wo ist hier nochmal die Schmiede? Äh, da. Mit diesen neun Klumpen kannst du dann einen Barren machen. Und aus dem Barren kannst du dir dann dein Equip machen. So, Diorin schmeiß ich raus. Kies schmeiß ich raus. Äh, was schmeiß ich noch raus? Rotten Flesh. Dann schmeiß ich noch Sandstein raus. 7 mal Sand. Ich glaub ein Stack reicht. Dann packe ich die Kohle hierzu. Und dann noch das Fressen. Schön. So, 6 Steaks. Gut, dann hole ich mir noch ein paar Karotten. Ne, das sind Kartoffeln. Oh. Und Karotten. So, und dann hätte ich das Dorf hier fertig geplündert. Und dann mache ich mich weiter auf den Weg. Von da müsste ich gekommen sein. Wahrscheinlich. Aha, und aus den neuen Legierungsbarren kann ich dann einen... Einen Legierungsblock machen. Einen legierten Block. Und dann? Machst du aus... Nein. Du machst... Du hast jetzt... Äh... Äh... Legierungsbarren. Ah, okay. Ich hab's kapiert. Ja. Hier liegt noch Rotomäte rum. Ich bin ja pleite, bis ich das ganze Gold hab. Na ja. Dafür... Dafür hast du auch eine höhere Haltbarkeit als Eisenhardt. hat. So, Koppel brauche ich nicht. Nöger hier noch gerade die rote Beete. Äh... So. Gut. Da drüben ist noch etwas Weiß. Dann... Stell ich mich am besten noch gleich mal zu dem Crafting Table. Irgendeinem hier in diesem Ort. Warte, da ist gerade eine Sache fertig. So. So. Danke sehr. So, mein Inventar ist voll. Irgendwo hier ein Crafting Table. Äh... Ach. Nee, hier ist auch keiner. Yeah, da oben eine Tür. Manchmal sind diese Generierungen ja ein bisschen bescheuert. Irgendwie schon. Manchmal ist es ja... Irgendwo. Weil ich habe jetzt drei Blöcke über dem Boden einen Eingang. Yay. Yay. Und das ist ein Rüstungsschmied. Bei dem könnte ich mir jetzt schon meinen ersten Emerald holen. So, ich habe jetzt zwei Emeralds. Yay. Hi. Gerber. Für drei Emeralds eine Lederhose. Ach, wie langweilig. So, das Feld, da habe ich noch nicht geplündert. Äh, ich suche jetzt aber erstmal einen... Nee, ich plündere jetzt noch gerade mit das Feld. Äh, wir haben schon Überlänge, glaube ich. Und deshalb beende ich hier jetzt in diesem hübschen Dorf. Darf ich noch... Darf ich mir etwas sagen? Und zwar war ich letztens einmal alleine auf dem Server. Und da hat jemand unsere Kiste abgebaut, ausgeraubt. Auf jeden Fall war sie nicht mehr da. Und da wollte ich gerne noch etwas dazu sagen. Und zwar finde ich es blöd, wenn andere Spieler auf den Server kommen und den anderen einfach ihr Zeugs klauen. Zum Glück hatte ich das Wichtigste in meinem Inventar, sonst wäre es wahrscheinlich auch weg. Ja, also... Äh, ja. Fair Play, sage ich dazu nur. Also, raub nicht die Sachen von anderen Leuten. Dazu hat Minecraft auch schon was gemacht, dass man Kisten abschließen kann mit MBT-Tags. Ich habe einen Stack. Ich habe schon einen Stack, Karotten. Oh je, oh je. Äh. Und ja. Also, Fair Play, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Dankeschön. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und Tschüssi.